Willkommen zur Auswertung des Finales und somit dem Ende des Dark-Showdown-Fatona-Turniers. Wie immer werden zunächst die Juristimmen ausgewertet. Und somit wären wir beim Battle zwischen Marco und Magdim. Das letzte Battle, die letzten zwei Runden und man muss wirklich sagen auf beiden Seiten großes Lob an die Sprecher. Sie haben wirklich eine ausgezeichnete Arbeit abgeliefert. Sie haben sich wirklich gegenseitig nichts geschenkt. Nicht erzählertechnisch, nicht schauspielerisch, nicht musikauswahltechnisch. Sie haben einfach auf allen Gebieten einfach beste Arbeit geliefert. Man kann sich nicht mehr wünschen beim Finale. Und wenn ich mir jetzt irgendwas kleines raussuchen würde bei der Musikauswahl oder bei einem kleinen Versprecher, bei irgendwas. Es wäre einfach keine faire Entscheidung meinerseits mehr. Ja, deswegen würde ich meine Stimme an diesem Punkt gerne enthalten. Alles in allem war ich sehr unentschlossen, jedoch möchte ich keine Enthaltung abgeben. Weshalb ich auf beide eingehen werde. Zunächst, das Battle war großartig. Beide haben geniale Leistungen abgeliefert und alle Kritikpunkte, die ich aufführen werde, sind eigentlich nur Gemecker auf hohem Niveau. Magdim hat die ganze Sache gut erzählt. Es war ein Ich-Erzähler und das Einzige, was ich daran, wie er es erzählt hat, aussetzen kann, ist manchmal so ein leicht süffisanter Tonfall, der allerdings kaum störend auffällt. Zumindest mir nicht. Die Musik war durchaus passend, auch wenn man sie schon oft genug gehört hat. Und das Ende mit dem Twist hat er auch ziemlich gut hinbekommen. Zu Marco kann ich sagen, dass er die ganze Sache wesentlich realitätsnäher hinbekommen hat, als Mac. Er hat mehr Betonungswechsel und Schauspiel reingebracht. Die Musik war auch gut gewählt, jedoch ein Stück kurz vor der letzten Musik fand ich leicht unpassend. Und bei Marco fand ich das Ende zwar interessant gestaltet, aber der Ausraster kam mir irgendwie zu plötzlich und wirkte daher leicht unpassend. Zusammengefasst, beides gute Runden, Macs Tonfall gefiel mir manchmal nicht so gut und Marcos Ende war nicht so gut wie Max. Weil Max' Runde mir also insgesamt stimmiger und runder vorkam, bekommt er meinen Punkt. So, dann kommen wir zu meiner Meinung, zum Finale. Ich muss sagen, es war ein unglaublich spannendes und ein unglaublich gutes Finale. Ich fand, beide haben eine echt gute Leistung da abgeliefert. War aber eigentlich auch nicht anders zu erwarten, weil sonst wären sie eines Finales ja irgendwie nicht würdig. Naja, fangen wir an. Ich sage zuerst was zu beiden Teilnehmern und dann verkünde ich meine endgültige Meinung. Ich fange mal mit Macdem an. Ich muss sagen, er hat dieses Erzählende richtig gut drauf. Er hat den Charakter introvertiert wirken lassen, was ich persönlich auch sehr glaubwürdig fand. Und er hat es bis zum Schluss durchgezogen. Dementsprechend habe ich daran nichts zu bemängeln. Die Stimmverstellung für den Psychiater fand ich sehr gut. Ich muss sagen, ich musste im ersten Moment tatsächlich überlegen, ob das jetzt ein anderer Sprecher ist. Und ja, die Betonungen beim Psychiater haben mir ebenfalls sehr gut gefallen. Das einzige, was mich persönlich ein bisschen gestört hat, er hat manche Wörter falsch bzw. eher anders ausgesprochen, als ich es gewohnt bin. Ein kleines Beispiel. Szene. Habe ich einmal Zähne rausgehört. Ich persönlich kann das überhaupt nicht ab. Und empfinde das schon als etwas störend. Dann, ja, ein Punkt noch. Er hat ein Musikstück von Mew verwendet. Wer mich auch nur ansatzweise kennt, wird wissen, dass ich das überhaupt nicht abkann, wenn man die nimmt. Einfach, weil man hat sie schon so oft gehört. Ich will damit nicht sagen, dass Mew keine gute Musik macht. Im Gegenteil. Die Musik ist wunderbar. Aber man hat sie schon so oft gehört, dass ich das nicht mehr hören kann. Trotzdem gebe ich dafür keinen Abzug, da es die Szene trotzdem sehr gut untermalt hat und ich das jetzt nicht an meiner persönlichen Meinung festlegen will. Trotzdem wollte ich das eben angemerkt haben. Dann komme ich zu Marco. Marco hat einen sehr lebhaften Erzählstil, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Er hat den Charakter bis ungefähr Mitte der Pastor ziemlich normal, sage ich mal, wirken lassen. Und dann eben dieser eine Punkt, als hätte man so einen Schalter umgelegt, diese Psychostimmung. Ich fand das richtig gut. Er hat das super rübergebracht. Und ich finde auch die Interpretation ziemlich glaubwürdig und, ja, wie gesagt, gut umgesetzt. Die Stimmverstellung für den Psychiater fand ich auch gut. Hat mir persönlich bei Mac dem aber besser gefallen. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, dass er teilweise etwas zu schnell gesprochen hat. Die Musikauswahl fand ich persönlich aber besser als bei Mac. Sie war sozusagen weniger penetrant, weniger auffallend, aber trotzdem unterstreichend. Ich fand, man konnte sich dadurch noch mal ein bisschen besser auf die Geschichte einlassen und war nicht, ich sag mal, abgelenkt von der Musik. Außerdem gibt es ein kleines Plus von mir für das letzte Musikstück. Dieser plötzliche erste Ton hat quasi diese Psychostimmung eingeleitet. Ich finde das sehr gut überlegt, durchdacht, gut gemacht. Gibt, wie gesagt, ein kleines Plus von mir. Alles in allem muss ich sagen, die Entscheidung fällt mir persönlich verdammt schwer und ist quasi unmöglich. Einfach, da beide die Pasta verschieden interpretiert haben und dass zusätzlich beide Umsetzungen noch mal verdammt gut sind. Deswegen muss ich persönlich sagen, ich mache es zwar nur ungerne, aber ich muss mich enthalten. So, äh, beginnen wir mit meiner Bewertung des Finales. Also, Marco 1.03 gegen Macdom. Und ja, die Pasta war Rorschach, die wurde von dem lieben Kiaro geschrieben. Ist eine unfassbar gute Pasta, meiner Meinung nach. Aber es soll heute nicht um die Pasta gehen, sondern wer sie besser umgesetzt hat. Ähm, ich fange mit Mac an. Also, ich muss sagen, ich fand Mac am Anfang relativ schwach, von den Betonungen her, und irgendwie ein bisschen unpassend. In der Mitte fand ich ihn sehr, sehr viel besser, sehr gut gelesen. Das Reusband klang irgendwie unecht. Zum Ende hin kurz wieder etwas schwächer und das Ende war sehr, sehr stark. Insgesamt schafft er eine unfassbar gute und dichte Atmosphäre, auch wenn die Musik, naja, ich weiß nicht, ein bisschen ausgelutscht ist. Trotzdem großartige Atmosphäre. Zu Marco. Marco hat sehr gut gelesen anfangs, baut aber eine völlig andere Atmosphäre auf. Ähm, das Reusband fand ich da auch nicht gut. Die Rolle des Doktors war ein bisschen selbsterben gespielt, aber trotzdem passend. Das Problem ist bei Marco, er hat im Endeffekt meiner Meinung nach besser gelesen, aber Mac schafft es eine echte Atmosphäre aufzubauen, was ich für sehr, sehr wichtig halte und was etwas besonderes ist. Wirklich eine richtige Atmosphäre bei einer Creepasta aufzubauen, finde ich sehr gut. Ähm, Marco, du hast es zwar auch geschafft eine Atmosphäre zu bauen, aber ich fand, die war irgendwie... Das griff nicht ineinander bei Mac, da hat alles zusammengepasst, fand ich. Ähm, ich fand Mac da einfach ein bisschen stärker. Ähm, deine Musik, Marco, fand ich besser. Die Auswahl, weil sie nicht so ausgelutscht war. Aber irgendwie die Musik in der Mitte mit den Drums, das hat alles zerstört bei mir so ein bisschen, muss ich sagen. Also, es ist für mich extrem schwierig. Ich muss sagen, großartig gelesen, Marco. Aber Mac, du hast es geschafft, diese extrem dichte Atmosphäre aufzubauen. Letzten Endes entscheide ich mich sehr knapp. Wenn das ein Achtel-Battle wäre, würde ich mich enthalten. Aber, ähm, da es das Finale ist, möchte ich mich hier entscheiden. Und ich entscheide mich wegen dem Finale. Und das war bei Marco einfach besser. Ich muss sagen, beide großartig, aber meine Stimme geht extrem knapp an Marco. Von den Zuschauern hat Marco einen und Mac drei Punkte bekommen. Also ist es entschieden. Damit gewinnt MacDim mit einem 4 zu 2. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner und vielen Dank für die rege Teilnahme. Als symbolischen Gewinn bekommt MacDim nun als einziger einen Platz in der empfohlenen Kanälebox von Dark Showdown.